wichtig für rentner zahltag der rente im märz 2024 verschiebung wegen dem osterwochenende mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 die ich hatte kürzlich im video gedreht zum thema wichtige änderungen im märz 2024 und da in diesem video bin ich auch noch mal darauf hingewiesen wurden auf das problem mit dem osterwochenende ende märz 2024 und in dem video möchte ich ihnen einfach nur noch mal sagen wann denn der zahltag der rente der gesetzlichen rente im märz 2024 ist ich mache das kurz und knackig dass sie also sozusagen hier ein anhaltspunkt haben meine damen und haben also der zahltag der rente da gibt es eine gesetzliche regelung die steht im paragrafen 118 sgb 6 sozialgesetzbuch nummer 6 das ist das gesetzliche rentenrecht da steht immer die grundregel ist zahltag ist immer der letzte tag im monat aber dieser tag muss ein bank arbeitstag sein darf kein feiertag sein kein bundeseinheitlicher feiertag zum beispiel so und jetzt haben wir natürlich das problem dass der letzte tag im monat das wissen sie der ostersonntag ist der 31 dritte 24 zum einen einen sonntag und dann natürlich noch ein hoher feiertag in deutschland ja ostersonntag das ist kein bank arbeitstag also kriegen sie an dem tag so oder so dass ihre rente eh nicht ausgezahlt weiß ja sowieso schon sonntag war jetzt müssen wir einen tag zurückgehen der samstag der 30 dritte ist auch kein bank arbeitstag ich habe noch nie erlebt das ist also zumindest seitdem ich rentenbarer bin dass an einem samstag rentengeld auf millionen auf die konten von millionen rentnerinnen und rentner eingezahlt worden ist sondern das wurde immer werktags gemacht immer von montag bis freitag so jetzt nicht gehen wir den nächsten tag zurück den k freitag der 29 dritte das ist auch ein gesetzlicher feiertag bundeseinheitlicher feiertag ich glaube der liebe herrgott wurde uns strafen wenn an dem tag auch noch die bank geöffnet wäre und deshalb ist das auch kein bank arbeitstag ich möchte es nicht ins lächerliche ziehen sondern wirklich sagen dass das rentengeld nicht am 29 dritten über überwiesen wird sondern es wird dann ein tag vorher überwiesen und zwar am grünen donnerstag das ist der zahltag rente märz 2024 und zwar der 28 dritte 2024 ist ein bank arbeitstag er ist zwar der grünen donnerstag für viele arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer ein brückentag für das lange osterwochenende aber er ist eben letzten endes ein ganz normaler arbeitstag das heißt also die märz rente wird am 28 dritten 2024 für den laufenden monat märz überwiesen oder muss dann auf ihrem konto sein und die april rente bei vorschüssiger zahlung für den monat april 2024 das ist kein april scherz muss auch am 28 dritten 24 an diesem grünen donnerstag für diejenigen rentnerinnen und rentner deren renten vor dem ersten vierten 2004 begonnen haben auf deren konnten überwiesen werden so ist die rechtslage meine damen und herren jetzt haben wir es ganz genau das heißt also grünen donnerstag der 28 dritte ist im märz 2024 der letzte bank arbeitstag wo das rentengeld für millionen rentnerinnen und rentner überwiesen werden muss näheres zu diesem thema finden sie auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel